Hallo liebe LEGO-Fans, wir vom Imperium der Steine laden euch zur ersten Ausstellung in Fehlen der IDF Brickworld ein. Was euch erwartet und wie die Location aussieht, zeige ich euch jetzt. Kommt mal mit! Wir befinden uns nördlich vom Ruhrgebiet im Westmünsterland nahe der holländischen Grenze in Fehlen. In der Tesingbach-Halle mit über 1.100 Quadratmetern soll die IDF Brickworld stattfinden. Wir vom IDF sind seit Jahren Aussteller auf verschiedensten Ausstellungen in ganz Deutschland. Jetzt seid ihr dran. Für euch und mit euch möchten wir mit euch die IDF Brickworld gestalten. Am 13. und 14. November habt ihr die Möglichkeit eure Mocs und Mods einem breiten Publikum zu präsentieren. Alle Informationen, die ihr als Aussteller benötigt, findet ihr auf ids-brickworld.de. Hier habt ihr auch direkt die Möglichkeit euch anzumelden. Meldet euch schnell, denn wir haben schon einige Anmeldungen und die Plätze sind begrenzt. Begleitend bieten wir ein Rahmenprogramm für die ganze Familie und der Erlös geht an einen guten Zweck. Danke an dieser Stelle an unsere Partner und Sponsoren. Ohne die wäre das nicht möglich. Wir sehen uns im November in Fehlen. Was ist denn? Haste mich jetzt gegrüßt? Achso, ich hätte dich nachgemacht. Ich mache jetzt die Entschuldigung. Ich so, ja, moin. Geil. Für eure Moks bieten wir am... Nein, mach nochmal neu. Was haben wir jetzt gesagt? Die Plätze sind begrenzt, denn wir haben schon einige Anmeldungen. Nee, auch nicht. Alle Infos, die ihr als Aussteller benötigt, findet ihr auf unserer Homepage ids-brickworld.de. Hier habt ihr auch die Möglichkeit, euch auch... euch für die anzumelden.